Herzlich Willkommen zum Bibellesen im Advent. Wir lesen miteinander Bibelstellen, Texte aus dem Buch, das Gott uns gegeben hat, um uns so richtig zu freuen zu Weihnachten. Und heute ist Weihnachten, heute ist Weihnachten und ich hoffe, dein Herz ist voll mit Freude über Jesus. Wir lesen miteinander heute einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8 und da lesen wir die Verse 35 bis 39. Schlag deine Bibel auf zu Hause und lies mit. Wenn du sie nicht da hast, dann drück kurz auf Pause, hol sie her und schlag sie auf im Römerbrief in Kapitel 8. Weihnachten ist oft stressig, Weihnachten ist oft verbunden mit Konflikten, mit Schwierigkeiten. Deswegen brauchen wir ein klares Bild von diesem Jesus, den wir gemeinsam feiern. Und das sehen wir heute hier im Römerbrief, Kapitel 8, Abflass 35 bis Vers 39. Da steht Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was steht da über Gott? Wie verherrlicht diese Bibelstelle Jesus, den wir heute feiern? Und welche Freude ist für uns mit im Gebäck? Nimm dir kurz Zeit, drück auf Pause und denk selbst drüber nach. Schreib deine Kommentare unten rein. Räume mich drauf und dann bete ich. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden Zeit, auf Pause zu drücken. Wir beten. Vater, wir loben dich für Weihnachten. Es ist mehr als Lichter auf einem Baum und Schnee und hoffentlich Schnee oder kein Schnee. Oder wie gut gelingt der Braten oder was muss ich alles noch erledigen, bis Weihnachten kommt. Herr, Weihnachten ist da, weil du da bist. Du bist da bei uns. Und wir staunen über deine gigantische Liebe. Gott wird Mensch aus Liebe, um uns zu erlösen und uns mit seiner Liebe zu verbinden. Und nichts kann uns von dieser Liebe mehr trennen, steht da. Nichts, Schwierigkeiten, Verfolgung, Nöte, Hunger, Kälte, Gefahren, Gewalt, Konflikte in der Familie, Sachen, die nicht perfekt laufen, mein Stress, mein Grant, alles das, was hochkommt. Konflikte in der Familie oder in der Gemeinde. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe und ich lobe dich dafür. Ich danke dir so sehr. Liebe ist ein Wesen bei einiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Liebe ist der Grund, warum du Mensch geworden bist, Herr Jesus. Liebe ist der Grund, warum du ans Kreuz gegangen bist. Liebe ist der Grund, warum du für uns gestorben und auferstanden bist. Liebe ist der Grund, warum du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Fülle uns mehr mit deiner Liebe. Aber auch wenn wir sie nicht wahrnehmen heute, ist sie trotzdem unendlich und wir sind nicht getrennt davon. Und dafür lobe ich dich, dafür danke ich dir. Und deswegen will ich heute dich feiern. Amen. Danke fürs Mitmachen. Frohe Weihnachten. Und bis morgen. René. Danke. Danke. Vielen Dank.